Musik 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 Johohoho Kaum dem Wahnsinn der vergangenen Runde entfleucht, sind wir schon wieder da Das war ja Haftig mit der Mit das Pfeil aus der Polizei Ein Quartier aus der Goldarm Aber auch die Sache mit der Malina Gede Ganz, ganz, ganz Haarstäubend Furchtbar Und jetzt gehts weiter Und zwar Ich würde einmal sagen Im Jackson Park Jackson Park Jackson Park Jackson Park Entschuldigung Jackson Square Wo man Ich weiß nicht Warum soll ich das eigentlich kopieren? Aber ich habe jetzt die blöden Dinge Warum soll der das zeichnen? Versteht kein Mensch Gabriel Gabriel hat eine Fotokopie Of the official police file Achso, zum arrangieren Der würde es arrangieren Gabriel hat eine Fotokopie Of the official police file Containing the partial patterns Von den Voodoo-Mörder Na ja gut, den Kreis kann ich aber auch zusammenbauen Ganz ehrlich Ich denke Wieso brauche ich da Künstler dafür? Das kann ich ja selber auch probieren Oh, Bullshit Das ist egal, da Schau mal Schau mal Schau mal Schau mal Schau mal Schau mal Ich bin ein Student Ich nehme nicht Kommissionen Oh Entschuldigung Ja Ja Und da bleibt nach wie vor Die Frage offen Wie kämen wir An die blöde Zeichnung ran Weil er kann nicht Mit einem Stecken Und einem Kaugummi drauf Da zwischen die Zwischen die Gitterstabeln Durchfahren Nein, kann er nicht Er braucht den kleinen Steppdänzer Da drüben Kommt auf Millimeter drauf Gabriel kann nicht den Rhyme Von wo er ist Wollte ich essen oder ein Dork? Oder beides Okay, Fing, 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 Fing Moment Okay, dann So, warum kann ich Ja, du bist ja Du bist ja Du bist ja Der Wendor wird Der Wendor ist Clearly Not interested In further conversation Vielleicht ist das hier Aber irgendwas So, dann was Fens, 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 Fens Fens Everything is full of Fens Around here Einmal kurz Einen Rundgang Durch den Park Die Lungen immer noch rum Ich ramm auf ein Opferstock aus Confessional Ich ramm auf ein Opferstock aus Confessional Ich habe alles schon gesehen Ich habe mich ja nur vergangen Tut mir leid Aus dir da wieder Komm, Gabriel Mach die Flocke Cajun Es ist eine Im Moment Bin mutig Wollond Wrap PIKZAR Welche Wo kriege ich was zum Essen her, du da, du da? Oder Kohle? Ich hab keine Kohle, ich hab nichts am Essen. Ach Gott. Na gut, schauen wir mal her. Schauen wir mal her. Wo schauen wir denn her? Was sind da eigentlich? Checkliste? Ah, ach so, ach so. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Mein Fehler. Mehr Maxima Culpa. Mehr fucking Maxima Culpa, St. George's Books. Was haben wir denn so? Außerhalb haben wir Tatort, die French Quarters und das Molina Gedde Estate. Na, zeigen wir mal die geometrischen Figuren her. Gehen wir mal hausieren. Hallo, Dr. John. Glad you could return to us, Mr. Knight. Und, eine mysteriöse Art und Weise. Ist auch der Drummer Boy wieder da. Schau mal, ich hab da was. Das bedeutet nichts für dich? Ich kann nicht sehen, dass er es macht. Und das ist, pretty much das Einzige, was wir rein haben, oder? Ne, so was blödes aber auch, kann man das kombinieren? Textbook? Na, natürlich nicht. Das war's nicht wahr. Das war's nicht wahr. Na... Um, ja, sorry. Sorry, dass ihr lastig war. Thanks a lot! Thanks a lot! Bye-bye! Come back again! Of course, I will! From here, Dixieland and Willy Wanker! Willy Walker! Hi! Ich würde mir schon eine Woche, wenn so einer kommt, ganz ehrlich! Hi! Yo, Willy! Take a look! Do you recognize this pattern? Don't look familiar at all, Monsieur! Ja, gruzie, Türken! Vielleicht hat ja die... Clara, Carla... Hi Grace! Hi Grace! Oh boy, Partytime! Wieso... Ich hab ja schon mal gefragt, warum arbeitst du eigentlich da? Das scheint nicht so funktionieren! Nein, nicht! Ach Gott! Gracie! Was ist? Mit der Review... Mit den Untersuchungen? What's up? Nix! No research done so far! Stunden später und no research done! Books... The books on the table have been chosen for their special appeal! Recent fiction by the biggies! Ja, gut! In other words... Nothing written by Gabriel! Ja, nimm das und gib's ihm Wurstverkäufer! Gabriel can't see any way to pick that up! Mit der Hand? What the flying fuck! Der hat ein Buchladen und da drüben ist einer, der ganz dringend Bücher haben möchte! Spellbound by... Peppa-Battle-Novels! Not too shabby, huh? But okay... Maybe it is! Nice! Nee, das ist ein wunderschöner Schreibtisch! Tres, Snakes and a Skull! Gabriel's father painted it! What a wacky, offbeat kind of guy daddy was! Gennst du, find's! Ganz im Gegend zu dir, haha... Und da holt' ihm doch irgendwo die Wurst aus dem Brutto! auf dem Schraub. Der Brug. Der Petz. Der Lemp. Der Presser. Der Pfau. Ja, wir fragen wieder das Zauberbuch. Hinz. Get the Artists in Jackson Square so recreates Das ist ein Petschen für euch. Re-rearrange, weil wir ja das bessere geworden sind. Visite die Dixlund-Trucks, um zu sehen mit einem Chazinot. Ask Grace, um zu recherchieren, Chazinot. Hab ich eigentlich alles gemacht, nix davon hat ich gekaut. Gut, dann versteifen wir uns auf den Zeichner im, äh, Jackson Square. Aber wie kriegen wir denn dazu, äh, so Gutschein? Gabriel wouldn't dare touch Grace's oil paints. Warum nicht? Grace keeps her Art supplies here. Damit kommt man Künstler bestechen. Got a minute, Grace? What's up? Checken wir mal wieder, Bissi. Not really. If you need any research done, let me know. You're not busy and my research is not done yet. Du sitzt den ganzen Tag da rum, stänkerst mich voll und tust nix für dein Geld. Was? Warum kommst du eigentlich nicht die Arbeit in der Fuhr? Das ist das eigentliche Müsse, hier jemand. I'm going out. Ja, mittels der Zeichnung. Aber die Zeichnung, da will ich nicht. Also was soll ich machen? Der Hot-Tock-Wender will mir nicht. Ich will einfach die Mörderpics. Ich will nicht. Ich will nicht. Da ist sonst wenig. Da ist der Sketch. Den Sketch hätte ich gern. Ich würde nicht einfach mal die Pinzers, vielleicht erwische ich es ja mit den Tweezers. Geht nicht. There's a drawing caught up against the statue. What would the little boy do with that? Ich weiß es nicht. Du kriegst einen Hoffnung, Clay. What would the little boy do with that? Ich habe keine Ahnung, was soll ich machen? Zeichelstunde aufs Maul. Ich wosche mir so gerne. The vendor wouldn't be interested in seeing that. Hey, float over here, would you? The drawing ignores Gabriel. Hau lecherlich. Don't get personal. You've already got me, you lucky devil. Yo, dude. I'm still not even the most exorcist at Cathedral Artist for now as Artists. Artists. An Artist is taking advantage of the fine weather. Could I ask you some more questions? I'd rather not. I really get focused when I'm drawing. OK, fine. Wie löst man das Problem? Wie löst man das Problem? Lalalalalalalalalalalala Schau, was für ein cooles Sketch-Programm ist. Voll geile Sketch-Programm, voll gute Zeichnungen. Da, Gift-Certifikat. Gabriel can't see a way to use that. Warum nicht? Geschenkegutscheine, jeder mag Geschenkegutscheine. Frosch. Gabriel can't bend the bars, he's too big to fit through them. And ooh, those spikes on top look sharp. Ja, 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 da kommt kein Mensch nicht durch. Hey bro, nice horse. A bronze statue of Andrew Jackson. I am Andrew Jackson. Kennen wir schon, wissen wir schon, ist uns alles klar? Uh... Eh... Can't think of anything at the moment. Okay then. Get Mosley's badge and Petsan file at the police station. Gain entrance to Malina's home with a something official and talk to Malina until she kicks you out. Get the artist in Jackson Square. Zagreze. Recreate the Petsan for you. Visit the Dixle and Drugstore to see Madame Chazinot. Ask Grace to research Chazinot. So, we have actually done everything. Ah... Uh... 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 The artist is a friendly guy, but he has a lot of work to do since he lost his sketch and he can't retrieve it. If he could get that back, he might have time to help you. No. Look at that level 2 is coming too. Haha... How to do that. Ah... It is incredible. It's playing itself, it's playing itself because everything is there. It's spoiling itself. We have to wait a few seconds. I have to wait for a few seconds. Grables too big to fit through those bars and breathe the sketch. So is the artist. There must be someone around here, small enough to get in there. Ja, is er. Warten wir mal eine Runde weiter. Gott ist desperate schissen. Warum der Counter? Die beiden Sekunden? Hallo? Das ist der eigene Walkthrough. Das Spiel ist sein eigener Play und Walkthrough. Zum Glück ist nicht seine eigene Review. Ask a tap-dancing little boy to help you out. How to get a tap-dancing little boy to help me out. Na, das hatte ich mir ja beinahe gedacht. How to get the tap-dancing to help me? Hahaha. Aaaah. Aaaah. Ehrlich. Na ja. Wir warten einfach bis sie die Symbole durchführen und lassen uns vom... vom Hint-Book step by step zur Lösung führen. Katastrophenspiel. He's been dancing in the sun in front of the Doobie-Dog car all day. He could probably use a break. Try talking to him and see what he's looking for. Ja, was zu essen? Oder Kohle? Aber wir werden's gleich genauer wissen. Ich mach ein bissl Aufzugmusik. Und wir warten weiter. So, mal wird das langsamer. Es ist... Ich halt das mal... Ich empfinde das wie cheating, was du da tue. Wozu das Spiel hab gespülen, wenn eh die Rätsel unlösbar sind. Wenn so schissen blöd und unlogisch sind, dass du selber ein Walkthrough implementieren musst. Give the Dabdancer a Doobie-Dog and he'll be glad to help you out. How to get a Doobie-Dog? Das is a Wahnsinn! Ja, wurscht. Das... Viel Spaß beim Schauen. Also... Das ist jetzt da... Zehn Minuten lang zuschauen, wie sich da die Hints aufladen im Sekundentakt. Na, als... Als offputzing ist das ja nicht. Die Zeitverzögerung. Ganz ehrlich. Zack. Gabriel Snack got no money to spare on hot dogs and the vendor isn't interested in talking. He's to cut up in his book. Ja, wirklich. Na, wirklich. Die Leute, die das da gemacht haben, den Reboot, die müssen ja mit dem Leben was kriegen. Wenn die 2014 erkennen, das ist so furchtbar, dass das kein Mensch auf einmal macht. Oder vor allem schafft, wir müssen was tun, wir müssen... Vielleicht sind die Hints nur die Erkenntnis, die Rätsel sind so bescheuert, dass... Kann keiner schaffen. If Gabriel had something the man was interested in, maybe he could bargain for a hot dog. Hm. Ja, und Level 3 kommt schon langsam. Jetzt darf ich nämlich echt gern wissen... Ich mein, was denn der... Ich mein, wir haben ein Bookshop, für fucking Christ's sake. Und der ist offensichtlich into Paperbacks. Das ist ja unglaublich. Das habe ich doch schon gemacht. Das habe ich doch schon gemacht. Das habe ich doch schon gemacht. Ich habe diesen Zettbewerb. Ich bin unterwegs. Es ist gut für 20 Dollar, in St. George's Books. Der beste Buchstall in New Orleans. Wirklich? Ich werde das mal schauen. Du kannst diesen Zettbewerb mit dir nehmen. Wenn du mir ein Doobie-Dog... Ein Doobie-Dog für ein Zettbewerb für 20 Dollar? Du kannst einen Zettbewerb mit dir nehmen? Ja, sicher. Hier geht's! Ähm, Entschuldigungsspiel, aber... Na ja, gut. Vielleicht war er jetzt wirklich jetzt die Heftesteppe. Das kann natürlich sein. Okay. Und das dauert wieder Stunden, ne? Im Doobie-Dog hat er ja... da... Direkt abwärts. Hopp. Doobie-Dog. Sketch. Du möchtest einen Doobie-Dog wie ein Doobie-Dog, by any chance. Würde ich? Also, wenn ich das nicht schon gemacht habe, und ich bin mir sicher, dass ich es schon gemacht habe... ...und ich bin mir sicher, dass ich es schon gemacht habe... ...und ich bin mir sicher, dass ich es schon gemacht habe... Dann, äh, hat's nicht funktioniert. Oder, oder ich bin vollkommen, äh, vollkommen, äh... ...realitäts... ...realitätsentfernt mittlerweile. Sicher. Hast du einen? Kannst du durch die Barren, um die Statue zu befinden? Kannst du? Seht mich einfach. Gut. Es ist etwas drin, das ich gar nicht zu erreichen kann. Ich bin mir sicher. Entschuldigung! 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 Das ist schon wieder Weihnachten, das macht... Bring, 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 bring... Schau mal, was ich habe für dich! Guck! Schau mal! 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 Überlässt Du? Nein, WHIll. Schau mal! Talf! Das dauert wieder den ganzen Tag! Bist du schon einmal! Jetzt kommen wir zum Dragstor, die Madame Chouvenau. Ah wirklich? Look at that. We managed to survive another fucking meaningless day. Stupid day, too. Ends now. Und das jetzt. Wieder der gleiche Traum. Wieder die gleiche Sequenz. Selbstverständlich. Wieder im gleichen Ausmaß lang. Ja, Cougar. Arrrr. Schlange. Arrrr. Entschuldigung. Sehr splurig. Jetzt. Ah, nein. Das ist neig. Toll. Ein neuer Hinweis mit dem Sledgehammer. Ein neuer Hinweis mit dem Vorschlaghammer. Und zwar, er hat unser wundervoller Wartepositionscursor. Ist ja hart. Das ist also Rated Dagger. Not a wavy Dagger. Das ist Rated Dagger. Entschuldigung. Wavy Dagger. Day 3. Drawed to the Halls of Learning. I sought there to conspire. But it was in the city of the dead that I found my heart's desire. Ja. Woher das auch immer kommen mag. Der Paperboy macht genau das gleiche wie immer. Die Grace. Diesmal ein bisschen schneller kommt mir vor. Schnapp dir die Zeitung, Gracie. Und das beginneth Day 3. Oh yo. Ding 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 ding. So ile Chosenos. Casinos. Now, are you gonna tell me what happened yesterday with M deny converge or is it just two? Was ist gestöhnt? Du sagst mir, dass du sie eigentlich gesehen hast. Und alle Sterne sind verabschiedet. Gabriel, du denkst nicht wirklich, dass sie interessiert ist. Sie kann jeden Mann in der Stadt haben. Du weißt, Männer mit Bankaccounts? Du überraschst die Nacht-Familie tragische Poets-Samurai-Appeal. Was? Wenn die Mutter mit der Mutter verabschiedet hat, sie war die die größte Kette in der Stadt. Hm. Ich habe immer erwartet, dass es etwas fisch in deine Familie war. Aber wirklich, ich denke, dass du dich vorsichtig bist. Meow, Grace. Ich bin wirklich. Ich weiß nicht warum, aber ich habe eine schlechte in der Pid in meinem Stomach darüber. Es ist die Gehlosigkeit, mein Lieb. Und du bist richtig, du solltest du von Malliageddi sein. Und jeder Frau auf diesem Planeten. Ich habe nur... Oh, keine Ahnung. Ich habe nur diese Bücher verabschiedet. Dein Leben ist in deinen eigenen kleinen kleinen Händen. Der Punkt ist, dass sie in jemand anderes Händen. Und bald... Okay, mit der hochintellektuellen Konversation schließen wir die aktuelle Episode. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen. Wir werden das nächste Mal kurz, damit wir uns einmal kurz sortieren, wir werden das nächste Mal mit den Dolch uns anschauen. Wir werden das nächste Mal die Frau Chauvinot... Chauzino... Aus welchem Grund immer... eine random Bekanntschaft aus dem Voodoo Drugstore ums Eck... rückt ins Zentrum der Untersuchungen und einfach nur so, weil sie halt im Voodoo-Geschäft einkauft wie 10.000 andere. Also, ja, komisch. Wir werden die Zeitung lesen. Und, ähm, ja, das sind einmal meine Pläne für das nächste Mal. Bis ich diese Pläne... ins Rollen bring, sage ich. Habt ihr eine gute Zeit? Habt ihr ein gutes Spiel? Bis zum nächsten Mal. Weili und, äh... Gabriel Knight... In enger Umschlingung... Out. Hühnel Seiten Au da unten.